Und du bei den Whisky-Lady. Wo siehst, wo schaust du so Tepper da in der Trottel? Wo ist der dumme Junge, dass der Brötchen g'macht? Oh ja, deswegen schaue ich ja. Weil ich hab in meiner frühesten Jugend einmal einen Kakadu g'schnachselt und jetzt überlege, ob du nicht vielleicht mein Bub ist.